Ausgefallener Perlenschmuck ist der modische Geheimtipp. Wenn Sie sich die teuren Stücke aber nicht leisten können oder sie lieber individuell gestalten möchten, dann habe ich genau das Richtige für Sie. Alles, was Sie für die Herstellung schicker Perlenketten, extravaganter Ohrhänger oder stilvoller Armbänder brauchen, finden Sie in diesen Bastelsets. Außergewöhnliche Perlen in verschiedenen Designs, Nylonbänder, Kordeln, Verschlüsse oder Ohrhänger, alles da. Sie können direkt mit dem Entwerfen Ihrer eigenen Kollektion beginnen. Die Herstellung des trendigen Perlenschmucks ist kinderleicht. Das schaffen selbst angehende Schmuckdesignerinnen mit wenig Erfahrung. Entwerfen Sie Schmuck, der genau Ihrem Geschmack entspricht, auf Ihre Garderobe abgestimmt ist und den sonst niemand hat. Um diese Unikate wird man Sie beneiden. Damit haben Sie überall einen grandiosen Auftritt mit Hinguckergarantie. Greifen Sie jetzt zu! Untertitelung des ZDF für funk, 2017